So, machen wir mal, müssen wir uns mal gucken, dass wir gerade aus da weiterlaufen. Wir müssen ja den Opaik hierher kommen. Ja, komm her, komm her. Lufen wir jetzt anders? Ja, hier bin ich Opa, sehr konzentriert. So, du da rein? Ja. Du da rein? Nein, halt nicht. So, gehen an. Zählt mal durch. Bewegung! Verwundeter, bei meiner Position! Gut. Gut. Das war Nummer eins. Hier haben wir Nummer zwei. Zwei. Zielperson verschwunden. So, das war Nummer zwei. Zählt mal durch. Bewegung! Verwundeter! Ja! So. Jetzt will sie no doubt. Ich haben will. You see no doubt. Ja? Hallo? Jetzt. Nein. Ah, ja. Jetzt. 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 So. Hier Tiger 54. Wir haben nicht Kontakt und können bestätigen, dass das Ziel im Stahlberg ist. Ich bin der Holy Batman und hat das Stahlberg betreten. Gut. Setzen Sie das Stahlberg auf die Liste der wichtigsten Ziele. Protokoll 10 wird sowohl Batman als auch Joker vom Angesicht der Erde fehlen. Ziele markiert. Das Stahlberg ist nun ein Ziel der Prioritätsstufe Alpha Rot. So. Anzahl der Bomben um 500 Prozent erhöht. Machen Sie kaum dann aus. Wow. Verstanden. Noch drei Sekunden. Alter, was ist denn jetzt los? Eins. Eins. Was geht jetzt halt durch? Bewegung! Du bist nur der Einzester. Verwundeter, bei meiner Position. Mit wem Quatschru eigentlich. Dich. Mit wem Quatsch du denn da? Schöne Anvorstellungen. Danach aus. Ziel gesichtet! So. Was ist das? Alter, oh schön den Arsch. So. Ab in den Tresorraum. Anscheinend hat das Kätzchen die Sahne gefunden. Na dann, versuch mich mal mit deinem Gestrüpp einzufangen. Ich warte. Oh, tut es sehr weh, Ivy. Kann man hier noch ein bisschen was nehmen? Ja. Och. Was ist denn hier? Oh, das ist ein ausgesprochen guter Tag. Batman wird schon bald tot sein. Und jetzt hab ich auch noch Sie, Miss Kyle. Ah. Weeeee. 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 Oh, ah. Oh. Oh. Oh, ah. Oh. Oh. Mensch. Ah. So, einer noch. Au. Sag mal. Nein. Oh. Und. Ja. Oh. 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 So, Mensch. Nimm zumal Sinn. An alle, wir haben Sichtkontakt. Der Stahlberg wurde getroffen. Ich wiederhole, der Stahlberg wurde neutralisiert. Gut. Warten Sie, bis Protokoll 10 abgeschlossen wurde. Und schicken Sie dann eine Grupperei, um Batman's Leiche anzuwerben. Verstanden, Sir. So, gehen wir raus. Noch ein bisschen Kohle mit bei. Ist doch super. Hey, Selina, du schaffst das. Geh einfach und lass ihn zurück. Ist ganz leicht. Du verzeihst dir das nie, Selina. Rette Batman und dann raus hier. Er ist Batman. Ist ja nicht so, dass er sterben würde. Warte, machen wir. Komm. Wir retten Batman. Das ist die Koffer fallen und retten Batman. Aber erstmal gehen wir durch die Tür. Ne, die Tür ist verschossen. Okay. Es ist besser, ne? Seit wann hast du eigentlich ein Gewissen? Als Frau hat man nichts als Arbeit. Halt durch, mein Hübscher. Ich werde dich retten. Ja, wir werden jetzt, Sir. Batman, retten. Großartig. Siehst du, was ich für dich aufgebe, Batman? Tja, wen haben wir denn da? Oh, die hat Kraft. Ich dachte, du könntest meine Hilfe gebrauchen. Hast recht. Glaube, ich habe mir einen Nagel abgebrochen. Bleib du lieber grüblerisch. Die Witze übernehme ich. Ich schätze, wir wissen jetzt beide, was Protokoll 10 ist, nicht wahr? Wenn du es stoppen willst, wirst du dich beeilen müssen. So. Haben wir noch irgendwas? Haben wir hier? Der Bett. Okay. Haben wir überhaupt eine Hauptmission? Haben die überhaupt eine Partie? Oracle, Strange lässt Arkham City vom Wander Tower aus mit Raketen unter Beschuss nehmen. Kümmer du dich darum. Joker Haptalia. Ich werde ihn verfolgen. Das kannst du nicht tun. Hunderte würden sterben. Ich brauche deine Hilfe, um den Angriff zu stoppen. Er wird Talia töten. Sie müssen das zu Ende denken. Batman kann diese Menschen nicht sterben lassen. Mein Sender aktiviert sich nicht. Leite sofort alle Waintec-Satelliten um und verstärke das Signal. Das kann ich nicht tun. Ich weiß, dass es nicht leicht für Sie ist, Sir. Aber wiegt dein Menschenleben schwerer als der Tod von tausend anderen? Tu das nicht, Alfred. Batman muss Gotham retten. Tut mir leid. Aber tief in Ihrem Herzen wissen Sie, dass ich recht habe. Ach, verdammt. Oracle, verliere auf keinen Fall Talias Signal. Okay. Der Turm ist verriegelt. Ohne Codes komme ich nicht rein. Einer der Hubschrauber wird das Hauptsteuerprogramm einsetzen. Ich muss den Hubschrauber nur noch finden. Ähm. Ziel wurde getroffen. Richtig ja da. Sie haben mehrere Tote. Ist vorhanden? Äh. Äh. Nochmal Jungs. Batman gesichtet. Äh. 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 Aventeeilen sich Kontakt mit Batman. Sich Kontakt zum Ziel. Ich wiederhole. Haben sich Kontakt zu Batman. imal. Wir haben keinen Sichtkontakt zum Ziel. Batman ist untergetaucht. Alle Ziele bekämpft, ich wiederhole, mehrere Treffer, Ziel wurde erfolgreich bekämpft. So. Ja, Batman. Oh nein, was gibt's? Wo denn? Zielperson Batman verschwunden, keinen Sichtkontakt. Die Ablasskammer? Doch, kann man sehen. Okay. Boah. Zielpersonen kommen, wiederhole, Batman-Haus-Bereich geflohen. Kameraden Sektor 4 ist ausgefallen. Bitte, tu mir nichts. Nein, nicht gut. Mehrere Insassen gefallen. Was? Hier ist doch wirklich der, der mich interzepten kriegt, oder? Mehrere Ziele neutralisiert. Große Anzahl von Leichen. Ah, verdammt. Bestätige Treffer. Insassen wurden neutralisiert. So. Was denn? Was? Ziele erfasst. Gebäude getroffen. So. Oh, schön. Ziel wurde getroffen. Mehrere Ziele erfasst und neutralisiert. Ah, da oben ist einer. Müssen wir mal sehen, dass ich da rankomme. Hinten. Ah, das wird aber nicht gerade einfach werden. Viele wurden bekämpft. Richter 4 brennt wie ein Weihnachtsbaum. Ah. Kein Sichtkontakt zum Ziel. Ich wiederhole. Haben Batman aus den Augen verloren. Ah. Da oben ist er. Da oben ist er. Da oben. Ich bin drauf. Haben Kontakt mit Batman verloren. Er ist weg. So. Neutralisiert. Große Anzahl von Leichen. So. War er eh noch hier. Oh, nix. Todeszahlen in Sektor 3 sehr hoch. Gehen zur Basis zurück. Uiuiui. Jutsch. Bestätige Treffer. Insassen wurden neutralisiert. So. Äh? Ob das hier Wasser ist? Bestätige Treffer. Mehrere Insassen gefallen. Äh? So. Ich melde mehrere Treffer in Sektor 2. Bestätige Treffer. Insassen wurden neutralisiert. Komm mal hier runter. So. Na komm her hier. Bestätige Treffer. Mehrere Insassen gefallen. Komm her. 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 Nein. Scheiße. Alle Ziele erfolgreich bekämpft. Todeszahlen in Sektor 1 bei 100. Jetzt haben wir nicht. Jetzt haben wir nicht. Na komm. Hallo? Wärmeabtastungen des Bereiches zeigen 15. Korrigiere 17 Tote. Komm runter. Hä? Was ist jetzt denn? Was ist jetzt denn? Wir können 20 Insassen streichen. Hä? Hallo? Ich melde mehrere Treffer in Sektor 2. Ui. Ähm. Mehrere Ziele neutralisiert. Große Anteil von Leicht. Äh. Toi. Da ist jemand, boah, da kommt jemand, da ist jemand, ich wiederhole, mehrere Treffer, Ziel wurde erfolgreich bekämpft. Boah, Scheiße, Scheiße, Elba, mehrere Ziele neutralisiert, große Anzahl von Leichen, Elba, Bestehtige Treffer, Insassen wurden neutralisiert. So, nehmen wir dich jetzt so. Wo ist das nicht? Wir haben leere Tote. Boah. So, ich will barmen. Ich will barmen. Wärmeabtastungen des Bereiches zeigen 15, korrigiere 17 Tote. So, nochmal hierüber. Und ruf da. Bestätige Treffer, mehrere Insassen gefallen. Bingo. Ziel wurde getroffen. Ich habe den Code, begebe mich zum Wunder Tower. Gut, du tust das Richtige. Mit dem Code dürftest du durch einen Wachraum am Haupttor hineinkommen. Wenn Talia etwas zustößt, sag Alfred, dass es seine Schuld war. So, wo sind wir hin? Da sind wir. Darüber müssen wir auch hin. Aber hier machen wir. Alle Zielerfolgreich bekämpfen. Todeszahlen in Sektor 1 bei über 100. Ach, abend. Zielerfassung erfolgreich. Fretmen anvisiert. Wir konnten. Eröffnen Feuer. So, aber wir machen erstmal hier eine kleine Folgenpause. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Und das war es auch mal wieder für diese Woche mit Batman Arkham City. Ja, wir waren im Stahlwerk. Haben etwas mit Joker gekämpft. Dann kam Talia und hat ihn mit einem Schwert überreicht für eine Unsterblichkeit. Jut. Hat dann ein paar ja mitgenommen. Und dann sind wir auch mal wieder zu Catwoman gekommen. Das kleine Mädel. Wir hatten irgendwie einen Pack mit Päuschen Ivy gehabt. In den Frisor rum einzubringen. Haben wir gemacht. War ein bisschen schwierig, aber wir haben es geschafft. Ja, da mussten wir uns entscheiden. Entweder hauen wir mit das Geld ab. Oder wir retten Batman. Ich halte dich für jemanden, der die Erksamkeit gibt. Wir haben uns entschieden. Wir haben Batman gelegt. So, Protokoll 10 ist in Kraft getreten. Ja. Wir mussten jetzt die Nikopter scannen. Haben auch das Signal gefunden. Und machen uns jetzt auf den Weg zum Tower. Aber das in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Wir sind die Zukunft Arkhams. Wir sind die Zukunft Gotham. Wenn du den Raum vor dir löst, kannst du sie retten. Wenn nicht, werden sie sterben. Beweise, dass du ein Leben beenden würdest, um die Welt zu retten. Niemand wird mich aufhalten. Schon bald werde ich Armeen befehligen, die ihr euch nicht mal vorstellen könnt. Wirst du jetzt ein braver Junge sein und die Fein ergeben? Bravo! Wirst du jetzt?